Schieb, die Katze! Schieb, die Katze! Milchkattung war besser. Ja, du wärst kaputt. Ich weiß. Leute, darf ich vorstellen, die abgedrehteste Katze der Welt. Wortwörtlich. Du würdest rappen, warum ist das denn kaputt? Nicht Fini, nein. Nein. Ja, nein. Also, ich hab's aufgemacht. Ist nicht ganz kaputt. Ich glaub, der Kattung ist hier aber ganz kaputt gleich. Der hält vielleicht noch zwei Katzenrutschaktionen aus, der Kattung. Was? So viel noch? Ja, schau mal. Was? Upsa. Oh, wie ist das? 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 Ja. Hey! Hey! Das ist die kartongigste Katze der Welt echt. Und? Go! Ausrichten, zielen, Feuer! Ja! Entschuldigung, Penny. Weil weißt du, wie sie sich daran bewegt. Das ist einfach so cool. Hm. Hm. Ist nur etwas seitenlastig. So, besser. Ja, etwas niedenslastig. Ups. Hallo! Hallo! Das ist eine Katze! Aha! Eine Katze, Hilfe! Halt, weißt du? Oh, die ist doch bescheuert. Eindeutig. Äh, vielleicht halb so bescheuert wie wir, aber mindestens dreimal so bescheuert wie du. Zusammen. Und beide. Überhaupt. Es war ja ein bisschen zustürmisch. Pippi! Sind die immer noch am Schönen? Nein. Sieht nur so aus. Hey. Es sieht nur so aus. Und ich habe keinerlei Beweise nach dem Vorhaben hier. Fini! Ich reparier nur kurz den Karton. Fini, komm jetzt! Du tackerst doch jetzt nicht etwa den Karton. Doch! Du bist vielleicht ein verrücktes Homo Sapiens. Fini! Plopp! Kann er einsteigen? Nein, das ist genug. Keine Lust mehr. Gut, dann... So Leute, hier ist wohl Schluss. Gut, gut! Vielen Dank.